Diese Übung ist wieder eine Ballgewöhnungsübung, die ihr auch sehr gut zu Hause machen könnt, weil ihr müsst euch gleich einen Ort suchen, wo ihr euch hinsetzen könnt. Das könnt ihr gerne draußen machen, ich habe jetzt hier eine gute Stelle gefunden, ihr könnt aber auch in eurem Zimmer machen. Wir legen uns auf den Rücken und fahren quasi mit dem Bein Fahrrad und achten durch die Beine. Davon geben wir uns 20 Stück, ihr macht davon drei Durchgänge. Los geht's! Und 20 Stück, viel Spaß dabei!